Heute im Bongo Boulevard Stimmen mit Marti Fischer. Danke fürs Zuschauen, Chef! Stopp, ein kleiner Scherz. Selbstverständlich befinden sich Frau Marie Meinberg und Herr Marti Fischer zur Revue Passiererei im Schallkabinenstudio de Spagne und genau dieses Vorhaben wird auch geschehen, sobald die Wohlklangherstellung der Gitarre abgeschlossen ist. Heute übrigens auch mit dem Bild, vielleicht, unsere Kameramänner. Wo sind sie denn? DJ Kretsche ist heute in das Haus und Lukas Palmpalme und auf dem Boden sitzt Patrick Warnie. Oh, hab er da. The Voice is back in town. So, hier, Rezo in BA. War geil. Das war so eine Party. War Partybongo Boulevard. Ja, Partyboulevard. Aber, was bewiesen ist dieses Mal, dank dir, Rezo, liebste Grüße. Ach so. Ich bin nicht der fischmundigste, fröhlichste Mensch auf der Welt. Müsst ihr nie wieder in die Kommentare schreiben, dass ich angeblich alle liebe und immer meinen Mund aufreiße. Wenn es jemanden gibt, der seinen Mund noch mehr aufreißt und noch mehr Liebe verstreut, dann ist es definitiv Rezo. Krasse Typ. Soll ich dir was sagen? Rezo Popeso. Ja. Ich find's mega geil. Wir könnten wirklich so ein Fischmund Battle machen. So die Challenge. Ja. Cool. Vielen Dank. Oh. Aha. Aha. Ah. Ah. Na, ihr Nudeln. So geil. Ich hab aber jetzt ein Nippelboard. Das ist das schönste, beste Geschenk jemals, was ich mir selber gemacht habe. Ey, so Achtung. Jetzt gibt's ein Spiel. Ich drücke jetzt auf eine Taste. Nein. Und den YouTuber, der dann kommt oder die YouTuberin, die besingen wir spontan. Öh. Okay. Soll ich erst mal den Beat starten, den ich wohlweislich vorberitten hab? So. Ja. Hey, ich muss doch erst den YouTuber aussuchen. Oh, ach so. Ich dachte, das kommt dann während der Song läuft. Ah, okay. So machen wir das. Oder meinst du, ich spiel dann spontan was dazu, vielleicht kann es auch eine Ballade sein oder so? Nee. Nee, schon mit dem hier, ne? Ich dachte. Was wir hier sehen, ist die Entstehung eines wahnwitzig komplexen Spiels, welches nun abgekürzt erklärt wird. Frau Marie Meinberg, hier links im Bild, wird willkürlich auf einem Knopf ihres seit der letzten Folge im Bongo Boulevard befindlichen Nippelboards drücken, woraufhin ein YouTuber ertönt, welcher dann spontan besungen werden muss. Das Nippelboard erhielt seinen Namen übrigens einst von dem auch stets im Bongo Boulevard willkommenen Stefan Raab, der es benutzte, um Momente der langweiligen Art durch lustige Ausschnitte in Momente der Kategorie unterhaltsam umzuwandeln. Und nun möge das Spiel beginnen. Phil heißt Mr. Trashpack, er ist die Gala aus der YouTube-Welt. Doch er hat keine Meinung, drum fragt er immer euch, ob euch's gewählt. Ist es viel oder wenig? Schreibt ihm einen Kommentar. Und vielleicht lasst ihr ihm auch einen Daumen hoch da. Das ist der Mr. Trashpack Bongo Boulevard Song. Das ist der Mr. Trashpack Bongo Boulevard Song. Mr. Trashpack Bongo Boulevard Song. Fällt's euch oder gefällt's euch nicht, entscheidet selbst. Du bist dran. Das ist gemein, ne? Okay. Es ist schon wieder Montag. Das ist das Intro und jetzt kommt... What's up? Schlechtes Freestyle. Ich kann das nicht gleichzeitig. Das funktioniert überhaupt nicht. Du schmeißt mir was zu und dann mach ich was. Okay, nochmal. Okay, nächster YouTuber. Ja. Oh fuck, warte, ich brauch mal kurz zwei Minuten... Okay. Ja, Achtung, aufregend. Als Thaddeus klein war, da war er ein großer YouTuber. Er drehte Faktenvideos und seine Stimme machte ihn zum Star. Dann hatte er keinen Bock mehr auf den YouTube-Scheiß. Jetzt ist er ein Musiker und macht keinen Fleiß-Scheiß. Wenn ich groß bin, werde ich auch mal Rapper, ey. Okay. Dein Pumpscare, für alle ming. Danke. So, haben wir noch irgendwas zu sagen? War geil einfach nur, ne? Kann man auch jetzt nicht so viel dazu sagen. War halt, war geil, war mega Party. Ich glaube, was das Gute daran war, war, dass letztes Mal niemand irgendwas konnte. Also im Sinne von, niemand konnte jetzt was spielen, was er schon kann, weil wir ja alle gemeinsam nichts zusammen können, was uns vereint. Also nicht so eine Band, die kommt und halt dann ihre Songs spielt. Und deswegen war es halt einfach so, lass uns einfach echt sehr spontan machen, was kommt. Und alle waren offen für meine komischen Partyspielchen. Und ich glaube, dass das halt ganz gut ist. Wir müssen mit unseren Musiker- und Bandgästen viel mehr Bongo Boulevard-Spielchen spielen. Das ist, glaube ich, der Trick. Das heißt, sowas wie YouTube Blues zum Beispiel, müssen wir halt ab jetzt echt einfach durchziehen. Und auf dem Weg nach Hause, da könnte ich nichts mit dem Handy machen. Also muss ich mir meine Umfeld angucken. Und das ist ja schon ziemlich scheiße. Ey, weißt du noch? Vor zwei Wochen im Vlog? Vor zwei Wochen im Vlog haben wir Polmann gesungen. Ja. Und du hast gesagt, es wäre geil, wenn wir den mal einladen. Ja. Ich will ja nichts verraten, aber vielleicht. Huch. Jetzt haben wir es aber wohl doch verraten. Wie hier geheimnisvoll angedeutet wurde, beährte uns der pittoreske Polmann bereits vor einigen Zeiteinheiten und beglückte uns mit schönen Melodien. Doch das ist alles Zukunftsmusik, obwohl er schon in der Vergangenheit bei uns war. Also bitte Obacht beim Anschauen am nächsten Mittwoch, um nicht vor Verwirrtheit die Festplatte zu löschen, wenn Martis Haare länger sind und Vorhaben aus diesem Vlog nicht eingehalten werden. Aber genug Zeitreisentheorie, zurück in die Gegenwart. So, wir spielen jetzt ein Abschiedslied, aber ein rasches. Was, ein rasches Lied? Achso. Ich weiß nicht, ob der Beat stimmt, aber irgendwie wird es hinhauen schon. Sugar, how you get to fly. 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 Sugar, sugar, how you get to fly. Sugar, how you get to fly. Sugar, how you get to fly. Oh, tschüss. Tschüss! Ja, warum nicht, ne? Ne? Ja. Wie komme ich nur weg hier? Wir bleiben einfach sitzen. Für immer. Tja, äh... Gefällt es euch oder gefällt es euch nicht, entscheidet selbst. Danke. Serv. Serv.